Jo Leute, heute ist euch mal ein paar wichtige Themen an, zum Beispiel jetzt wie es mit DbD weitergeht, also ich hab mir jetzt Murphacken gemacht und hab jetzt wieder DbD, weil DbD ist ja die Hauptcommunity von mir so, wenn ich das einfach rausnehme, es wäre ein bisschen dumm, weil ich muss ein bisschen leiser. Und ja, deswegen, da kommt dann wieder Freitag Livestream und ja, also wie die meisten ja von euch wissen, dass ich halt gebannt wurde, deswegen muss ich das halt alles so machen. Also hab ich dann 0, also ich hab Level 0, alles 0 und ja, keine Ahnung welche 31er einfach, also wer halt nicht so gegönnt hat, einfach so halt einfach mit so gehackten, okay, ich kann das selber verstehen, dass man da gewandt wird, aber dass jemand so ein Video dafür halt schickt, ist mir eigentlich egal, aber ja. Ist das dann halt leider so, deswegen kommt jetzt SSL und ja, was grad noch mit Suizo abgeht, ist halt auch irgendwie ein bisschen lächerlich, weil ich hab halt so ein Fun-Video gemacht, ähm, suche neuen Main-Partner, obwohl er eigentlich wusste, dass er mein Main ist, äh, und ja sowieso, ich hab mit ihnen eigentlich jetzt auch die letzten Tage so für Trimaxe nie üben wollte, weil wir wollen da mitmachen und können auch eigentlich mitmachen, so von Stats her und so alles, aber keine Ahnung, ihr checkt's halt nicht. das, äh, Spaß, also wenn er es halt jetzt direkt zu ernst nimmt, macht's halt auch nicht, ähm, deswegen ist es dann halt jetzt so, ähm, ich hab euch mal kurz zu zeigen hier auf YouTube, ähm, I think man das jetzt, jetzt, jetzt sehen, glaube ich mal. Ähm, Nein. Mir kurz. Ich mach noch was in den Schuss, dann zeig ich euch. Ähm, I think I do. Ja, hier könnt ihr gucken, Babaiano, ähm, das ist halt Fake Friend und so bin, wie er halt will, ist mir eigentlich auch egal, ähm, ihr könnt euch durchlesen, das ist so jetzt eigentlich nicht so richtig. Und, und, warte, jetzt kommt mein eigenes Video, das ist jetzt nicht so interessant, warte, wenn er, ähm, so, so, und das hab ich auch ernst gemeint, ähm, weil, eigentlich muss er ja wissen, ich hab ja gerade gesagt, ja, mein, du und so, bla bla bla, sogar, try and make you neither so angemeldet, aber, keine Ahnung, ey, wenn er keinen Spaß versteht oder so, macht er dann halt nichts, ähm, und, ja, dann zeig ich noch, warte, warte, ich schieß noch ganz kurz, da ist jetzt nicht so gut, dachte ich zumindest, ah ja, und, bye bye am Arsch, ja, es mir ist eigentlich auch egal, wenn er es halt jetzt so will, ähm, ja, also, ohne gleich alles offiziell auf YouTube zu machen, ne, ah ja, äh, ist, aber wie gesagt, ist mir jetzt egal, ähm, wie gesagt, was ist halt jetzt auch von mir aus, ähm, hab ich jetzt auch überall blockiert und so, einzigste, woran ich jetzt noch schreiben könnte, wäre halt YouTube, aber, ja, deswegen, ist das jetzt so, ähm, und, ja, dann ist halt jetzt das Video, was ich eigentlich als Prank gemacht habe, dieses, mit neuem, ähm, Duo-Partner, ähm, offiziell halt so, ähm, einfach, ja, also, äh, könnt mich dann einfach retten, so, weil eigentlich wollte ich halt nur Prank machen, weil ich bin, so wie sie waren eigentlich schon, als nur Team, mega herflich, Black Knight und, gut, trooper, aber wenn's halt jetzt so sein soll, auf jeden Fall, dann kommt halt Freitag jetzt in, Livestream und, ähm, ja, das war's eigentlich, ich wollte das nur ganz kurz ansprechen, dass jetzt eben halt, dass jetzt wieder DVD hab, weil das ja, also mein Haupt, äh, Gamer ist auf meinem Kanal, das kann ich halt nicht einfach wegmachen, so, dann wäre halt die halbe Community weg, weil ich hab, so, ich würd mal sagen, so circa 30% Fortnite, 60% oder 50% DBD und dann noch die anderen Prozent SSL, also früher war's halt komplett andersherum, früher war SSL so, aber jetzt ist das schon aus dem Hype gegangen, so, und auch die ganzen Freunde, mit denen ich gezockt hab, sind nicht mehr drinne, deswegen, ähm, ja, war jetzt auf jeden Fall eine ganz nette Runde, ich wollte jetzt auch nicht, ich will das Video jetzt nicht so lang machen, sondern einfach nur, kurz die Themen ansprechen, so, falls ihr euch fragt oder so, ähm, und, ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, und, warte, vielleicht krieg ich da noch was Gutes, und 100, schade, ja, dann, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, haut rein und, tschau, es kommen jetzt noch zwei Montagen, einmal für die DVD und einmal noch für, ähm, Fortnite und dann komm schon live streamen, ja, kommt auf jeden Fall was zu euch zu.